25 Gramm Cannabis zum Eigenbedarf, drei Pflanzen Eigenanbau und CSCs im ersten Schritt, Modellregionen zur kontrollierten Abgabe im zweiten Schritt. Das sieht der neue Plan der Bundesregierung vor. Die vollständige Legalisierung mit Marktregulierung wird diese Legislaturperiode nicht mehr verfolgt. Angeblich waren die Widerstände in der EU zu groß. Dennoch sollen alle möglichen Schritte in Richtung Legalisierung umgesetzt werden. Und das Ganze sogar mit fancy Namen. K.E. K.E. Care. Im ersten Schritt sollen 25 Gramm Eigenbedarf und der Eigenanbau von bis zu drei weiblichen blühenden Pflanzen entkriminalisiert und Cannabis Social Clubs etabliert werden. Als CSC-Mitglied kann man bis zu fünf Stecklinge und sieben Samen pro Monat für den Eigenanbau erhalten. Es wird geprüft, wie auch Nichtmitglieder Saatgut bekommen können. Der Homegrown muss vor Kindern und Jugendlichen geschützt sein. Cannabis Social Clubs werden nicht gewinnorientierte Vereinigungen sein, die für maximal 500 Mitglieder bedarfsgerecht und unter Einhaltung von Vorschriften Cannabis anbauen. Mitglieder können dann bis zu 50 Gramm Blüten oder Hasch im Monat erhalten, mit beigelegten Informationen zum Produkt. Für Heranwachsende bis 21 ist die Menge auf 30 Gramm pro Monat reduziert und für sie soll es eine noch zu klärende THC-Grenze geben. Jugendliche unter 18 Jahre dürfen Nichtmitglied in einem Club werden. Dieser Teil muss nicht von der EU notifiziert werden und ist laut Aussage der Regierung auch im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Trotzdem soll für die CSCs auf Ressourcen von Landesbehörden zugegriffen werden, was oft ein Anhaltspunkt für Zustimmungspflichtigkeit ist. Der Gesetzentwurf zu diesem ersten Schritt soll noch im April vorgelegt werden. Dann wäre eine Verabschiedung im Juli vor der parlamentarischen Sommerpause theoretisch noch möglich. Im zweiten Schritt soll in den regionalen Modellprojekten der Cannabisverkauf in Geschäften erprobt werden. Der Gesetzgebungsprozess dazu soll nach der Sommerpause, also im September, starten. Die Projekte sollen fünf Jahre laufen und in mehreren Bundesländern stattfinden. Es wird geprüft, ob dort auch Edibles verkauft werden können. Die Regierung geht davon aus, dass dieser Teil von der EU notifiziert werden muss. Auch im Bundesrat könnte dieses Vorhaben zustimmungspflichtig sein. Und was ist jetzt CARE? Das steht für Clubanbau und Regionalmodell, die zwei Säulen der neuen Cannabispläne. Was haltet ihr von den Eckpunkten? Wärt ihr zufrieden mit?